Musik Eine EPU kann grundsätzlich eine sehr große Bedeutung im weltweiten Netz haben. Als EPU kann ich mich als Experte in meiner Nische positionieren und über das Internet extrem große Reichweiten erzielen. Musik Viele vergessen auf die Basics. Die Unternehmen konzentrieren sich viel zu sehr auf die Technik und wie der Google-Algorithmus funktioniert. Oder wie viele Menschen suchen nach welchem Suchbegriff und welches Keyword ist relevant. Ich gebe den Tipp, es ist empfehlenswert, sich eher auf die Zielgruppe zu konzentrieren und zu verstehen, wer ist eigentlich meine Zielgruppe, wer braucht mein Content, wer braucht mein Unternehmen oder meine Dienstleistung und nicht so sehr, wie viele Menschen suchen nach diesem Begriff. Wichtig dabei ist, dass ich auch die Kennzahlen im Auge behalte. Viele machen den Fehler, sie bauen eine Webseite, sie optimieren die dann an, aber sie lesen die Kennzahlen nicht. Es ist nicht entscheidend, wie viele Personen auf meiner Webseite sind, sondern was machen die auf meiner Webseite. Sind die Besucher nach 10 Sekunden wieder weg oder ist mein Content wirklich so relevant, dass er geteilt, geshared und wirklich gelesen wird. Dranbleiben, vor allem diese Basics wahrnehmen. Man sollte sich als Experte positionieren und vor allem darüber nachdenken, wie ich meinem potenziellen Kunden weiterhelfen kann. Dadurch kann ich als Gesicht für mein Unternehmen sehr oft als Experte wahrgenommen werden und bin dann ganz oft die erste Ansprechperson, wenn es um eine Frage in meinem Bereich geht. Über die Begräuste teilnehmen